5 Nights at Freddy's Fier Lass ein Blick auf dieses Spiel werfen Das pure Grauen der Terror erwartet mich 5 days until the party Ein Teddy Ein Teddoid Was hat er diese Zeit gemacht? Er lockte dich wieder in dein Zimmer Don't be scared, I'm here with you Ok, bin hier gefangen mit einem Teddoid Mit Zylinder und Schleife Wenigstens siehst du hübsch aus, ne? These are my friends, my only friends Nobody likes me, I'm so alone Let me out Bastards Tragisch, tragisch Tomorrow is another day Das sage ich auch immer, wenn ich was machen muss, was ich nicht gerne mache Dann sage ich auch, mach ich morgen, ne? Night one Ok Warning Listen carefully If you hear breathing, hold the door shut If you do not hear breathing, then use the flashlight Ok, I use the flashlight Um die Dämonen und Kreaturen zu vertreiben Um die Dämonen und Kreaturen zu vertreiben Gut gemacht, sehr stimmungsvoll So, who is the action baby? So, who is the action baby? So, who is the action baby? Kuckuck Tadda Niemand hier Doch ich bin mir nicht sicher Irgendwo hier sind Killer Dämonen und Roboids Am Werk Am Werk Hello Hör ich da was? Nope Niemand hier Die Spielmechanik ist ein bisschen seltsam Heckt es zwei Türen Da muss ich mal hin und her rennen Und lauschen What? What? Oh Ein Dämon Ein Tädoy Die Dämon Oh Irgendwo hier geht ein Radio Hört sich am Militärfunk an Und hier macht jemand Eine Irgendwo Irgendjemand hier scheppert mit Tellern Irgendjemand hier scheppert mit Tellern Tädoyt Oh noch mehr Bösartige Creechoids Tädoyt 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 das grauen der schrecken der ersten Nacht so bin frei he no he is hitting again he is hitting again he won't stop until you find him ok I go I find him oh look there a fox a destroyed fox on the on the ground over here hallo hallo Teddy Teddy on my best friend I will find him what what tomorrow isn't all day go run 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 to the chopper fun with plus trap whole clt to use the flashlight use flashlight to stop ok I tried oh look at this evil demo creature ok loose let's begin yeah oh 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 3 2 3 1 7 oh you little bastard move move ist so ein Bastard, er bewegt sich nicht. Okay, warte ich mal ein bisschen, ne? Ich hab Zeit. Hallo? Ah, es ist ein Idiot! Move, do it! Oh Gott, du Hirn-Ochse! Look! Look at this evil Tedoid creature! Too bad! Na ja, man kann nicht immer gewinnen, ne? Nein, tu! Okay, let's try it! I can do it! So, was gibt's denn zu tun? Diese bösartigen Teddy-Dämonen von hinten? Ist hier niemand drin? Nein, ist niemand drin? Zwölf Uhr, Geisterstunde! Oh, du du! Es war eine heiße Sommernacht. Ich war allein zu Haus. Noch etwas war bei mir. Eine Präsenz! Es war ein Roboid Tedoid-Creatures. Der einzige Weg zu überleben war es. Links und rechts, zwischen links und rechts hin und her zu laufen. Und dann, wenn ich dort ankam an der Tür mit meiner Taschenlampe begann entlang zu leuchten. Ich hätte auch Licht machen können. Doch irgendwie fand ich es so besser. Und mit Logik hatte ich es sowieso noch nie so sonderlich. Zwei Uhr morgens. Noch mehr Teddy-Dämonen auf meinem Bett. Das pure Glauen. Links war nichts zu sehen. Und dann lief noch mal... äh, rechts war nichts zu sehen. Links war auch niemand. Und die Teddy-Dämonen auf meinem Bett verfolgten mich. In meinen schlimmsten Albträumen. Wo war Chuck Norris, als man ihn brauchte? Er war nicht hier. Ich war allein. Ich habe mich allein gestellt. Ich hörte ein Geräusch. Links. An der linken Tür. Ich lief dort sofort hin. Oh, ein Dämon-Teddy. Ich hatte den Dämon vertrieben mit der Macht meiner Taschenlampe. Oh, überall Teddys. Es waren zwei Teddys. Es war ein lila Teddy. Und ein brauner Teddys. Hallo. Oh, ich war noch am Leben. Es war drei Uhr morgens. Oh, es war wieder der Hasen Teddys. Oh. Oh, jemand lief auf die linke Seite. Ich war sofort dort. Oh, gruselig. So gruselig. Oh. Drei Killer Teddys. Weiche Satan. links war alles frei an mir nach rechts oder war ein geräusch und das trampeln ich öffne die türe machte die taschenabwehr an die man da oh mein gott jesus christ das adrenalin strömte durch meine venen und ich hörte etwas es hört sich an wie atmen aber es hätte auch trampeln sein können ich öffne die türe und schleuchte die schlöpfe noch mehr killerte deutz dafür morgens über die ich diese macht überleben man weiß es nicht niemand da rechte seite ich hatte ich hörte schritte oh das veratmen des veratmen das atmen des todes der atem des todes flog mir entgegen ich hörte nichts mehr taschenabwehr immer da ready creatures what 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 niemand okay es war 5 von morgens würde das kleine kind so lange überleben alles war still bis jetzt oh duk duk okay ich habe wieder überlebt ja ich bin so gut Mech 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 Three days until the party Oh, look at this Beautiful He left without you He knows that you hate him You are right beside the exit If you run, you can make it Run, go No, run to the chopper, do it. Hurry, run, over the exit, do it now. No, don't you remember what I saw? The exit is another way. Hurry, run, go run to the chopper, you can do it. It's too late, hurry. The other way and find someone who will help you. You know what will happen if he catch you. Oh, God, no. Come with me if you want to leave. You can find help if you can get past him. You have to be strong. Oh, no, I'm... Oh, I cry. Tomorrow is another day. Fun with plush trap. Okay, let's do it. Schon wieder diese dumme, blöde, abgekackte, abgefuckte Hasenpuppe. Ich warte mal 10 Sekunden. Ja, komm, trau dich, motherfucker. Trau dich. Komm zu mir, komm zur Ubi her. Oh, Baby. Oh, hallo, kleiner Freund. Hallo, kleiner Freund. Hi, 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 hi. Oh, du motherfucker. Da habe ich mich erschreckt. Du von Dämonen besessene Kreatur. Ha, great. Yeah, great. Und damit endet das erste Let's Play zu Five Nights at Freddy's 4. Ich spiele das so lange noch weiter, bis es mir auf den Sack geht und ich das Kotzen bekomme. Aber vorerst mache ich hier mal Schluss. Und die Fortsetzung folgt vielleicht. Tschüss.